Wir wollen uns jetzt noch mal etwas näher beschäftigen mit den Methoden der vergleichenden Politikwissenschaft. Wir hatten gesagt, dass es häufig so ist, dass man generalisierend vorgeht, dass man eine hohe Fallzahl hat, dass man beobachtet, dass es eine Trennung zwischen Körper und Geist gibt. Das heißt, wir postulieren, dass die Welt da draußen unabhängig von uns existiert und man könnte sagen, dass es eine Tendenz zu positivistischen wissenschaftstheoretischen Grundlagen gibt. Positivismus, noch mal zusammengefasst, basiert auf systematischer Beobachtung, sucht nach beobachtbaren Regelmäßigkeiten und klammert unbeobachtbare Aspekte aus, wie wir es zum Beispiel hätten im kritischen Realismus, wo ja Unbeobachtbarkeit, also zum Beispiel Kultur oder das internationale System, eine große Rolle spielen. Was wir haben, ist eine Unterscheidung zwischen abhängigen und unabhängigen Variablen. Abhängige Variablen bezeichnen das, was erklärt werden soll, also zum Beispiel, warum demokratische Staaten weniger Krieg miteinander führen. Die unabhängigen Variablen erklären dieses Politikergebnis. Also eine Variable wie diejenige, die postuliert, dass Demokratien weniger Kriege führen, da wäre jetzt der Grad der Demokratie die unabhängige Variable und die abhängige Variable wäre eben das Politikergebnis, dass weniger Krieg geführt wird. Ausgangspunkt der vergleichenden Politikwissenschaft, und das ist eben fundamental, ist der Vergleich, dient der Erweiterung der Vorstellungskraft, zielt auf Generalisierung, basiert häufig auf Rational Choice, also unterstützt die Suche nach funktionalen Äquivalenten, rationalen Modellen und weist auf nomothetische, das heißt erklärende und nicht ideografische, das heißt verstehende Wissenschaft hin. Wir hatten in der letzten Lektion den Arbeitslosen aus der Pariser Vorstadt, das ist ein gutes Beispiel. Hier geht es letztendlich um die Abstraktion des Einzelfalls und Identifikation eines sozialen Zusammenhangs. Das Ziel ist also, wie es vergleichende Politikwissenschaftler sagen würden, die Identifikation einer sogenannten Kovarianz. Das bedeutet, dass es einen systematischen Zusammenhang zwischen der abhängigen und der unabhängigen Variablen und eben die Veränderung des Wertes der Variablen geht. Meist wird das statistisch gelöst. Das Problem, das vergleichende Politikwissenschaftler ja haben, ist die sogenannte externe Varianz, also Störfaktoren, die die abhängige Variable beeinflussen können. Was man tut, ist das sogenannte Hypothesentesten. Wir unterscheiden hier zwischen zwei Arten von Hypothesen. Probabilistischen Hypothesen, die normalerweise mit so je-destos-Sätzen formuliert werden und deterministischen Hypothesen, die in einem Wenn-Dann-Gesetz formuliert werden. Und vergleichende Politikwissenschaftler arbeiten normalerweise nicht monokausal, sondern multikausal. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Variablen, die hier miteinander in einen Zusammenhang gebracht werden. Die Komplexität ist natürlich ein Problem, weil immer ein Teil unerklärt bleibt, die sogenannte unerklärte Varianz. Und deswegen wird gerade aus kulturtheoretischer Sicht oder normtheoretischer Sicht das Vorgehen der vergleichenden Politikwissenschaft auch kritisiert und stößt hier und da an seine Grenzen. Die Komplexität ist natürlich ein Problem, weil es ein Teil unerklärtig ist und ein Teil unerklärtig ist und ein Teil unerklärtig ist und ein Teil unerklärtig ist. Die Komplexität ist natürlich ein Teil unerklärtig ist und ein Teil unerklärtig ist und ein Teil unerklärtig ist.